Super! Das ist dein Gras. Ja, aber nicht so schnell. Bremsen hast du gut gemacht. Ja. Jetzt ist... Was rumdrehen? Ja, Rainer, dann kann ich mit dem Solo... Wo? Willst du wieder ein bisschen anheben helfen? Ja. Bitte halten. Ich halte. Ein Fuß hier und ein Fuß hier. Jetzt loslassen. Jetzt loslassen, okay. Ah, nein! Nicht in der Garage. Nein, nicht in der Garage. Besser absteigen. Nein. Bisschen weg von der Garage, ja. Genau, und jetzt ist es gut, weil eine Pedale ist vorne, das ist so unten. Die obervordere Pedale, da musst du mit dem Fuß als erstes drauf. Genau, jetzt los. Und los geht's. Super! Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und bremsen, ne? Jawoll! Jawoll! Aufsteigen! Warte! Jetzt... Schneller! Schneller! Ja! Schneller! 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 Ja! Ja! Immer wieder. Sehr gut. Ah! Aufpassen! Ich gehe in den Meer. nichts passiert aufheben